Also Inlandsflüge jetzt beispielsweise in einem kleinen Land wie Österreich können auf jeden Fall verboten werden, weil man das auf jeden Fall auch anders machen könnte. Innerhalb der EU finde ich nicht unbedingt, aber innerhalb zum Beispiel von einem Land, also wenn man jetzt von Vorarlberg nach Wien pflügt, das finde ich furchtbar. Ich finde aber auch, dass der Zugverkehr in anderen Nachbarländern von uns und in anderen EU-Ländern zum Beispiel auch besser ausgebaut werden kann. In dem Fall, glaube ich, wäre es dann für uns auch einfacher, aufs Fliegen zu verzichten. Ich finde auch, dass Inlandsflüge tatsächlich ziemlich unnötig sind und wir schauen müssten, wie wir den Bahnverkehr ausbauen können, dass solche Strecken einfach nicht mit dem Flugzeug irgendwie zurückgelegt werden, sondern dass es gut machbar ist, mit dem Zug zu machen. Hallo, ich bin die Lea, ich bin Bundessprecherin der Grünen Jugend und bin 20 Jahre alt. Ich glaube, es braucht einen guten Mix aus Flüge, die tatsächlich unnötig sind, verbieten und wie die Lea auch schon gesagt hat, das Angebot so zu verbessern, dass der Zug wirklich eine Alternative ist. Hallo, ich bin die Fiona, ich bin 21, darf für die SPÖ, für die EU-Wahl kandidieren und bin Frauensprecherin der sozialistischen Jugend. Treffpunkt Zukunft Und da sind wir wieder bei Treffpunkt Zukunft. Unser Versuch, Politik einfach mal ganz anders zu machen. Ohne Blabla, ohne Phrasen, sondern auf Augenhöhe und vor allem wahnsinnig ehrlich. Und damit wir euch beide mal besser kennenlernen, starten wir auch sehr quick and dirty rein in unseren kleinen Podcast, in unsere kleine Sendung. Lea, wir fangen mit dir an. Lebenslang gratis reisen oder lebenslang gratis wohnen? Oh, ganz schwierige Frage, am liebsten beides. Ich würde sagen, Wohnen ist ein Grundbedürfnis, insofern im Zweifelsfall lebenslang gratis wohnen. Fiona, lebenslang gratis reisen oder lebenslang gratis wohnen? Ähnlicher Konflikt, auch am liebsten beides, aber ich wäre auch eher beim Wohnen, wenn ich mich entscheiden müsste. Finanzbildung im Lehrplan, ja oder nein? Ja, aber frei von irgendwelchen Ideologien. Lea? Kann ich mich, glaube ich, ganz gut anschließen. Also nicht Finanzbildung im Sinne von, wir müssen jetzt alle lernen, wie wir irgendwie überall möglichst viel Geld maximieren können, sondern gerade junge Leute sollten irgendwie darauf vorbereitet sein, das erste Mal, keine Ahnung, ihre Steuererklärung oder whatever irgendwie so zu machen. Also finanzielle Gesundheit? Ja, genau, das wäre ein schönes Wort dafür. Einen Tag ohne Internet oder eine Woche nicht duschen, Fiona? Ja, lieber einen Tag ohne Internet. Ich glaube, das ist manchmal auch ganz gut. Okay, Lea, einen Tag ohne Internet oder eine Woche nicht duschen? Einen Tag ohne Internet, mal das Handy beiseite zu legen und kurze Pause zu machen, tut definitiv besser. Das ist ein sehr reinlicher Podcast heute, das finde ich schon immer sehr gut. Verpflichtende Solaranlage auf jedem Haus in Österreich, Lea? Von mir aus gerne, wenn das dementsprechend finanziert und unterstützt ist. Also es kann nicht sein, dass das dann irgendwie die Last und Verantwortung der einzelnen Leute ist, aber unter den Bedingungen sehr gerne. Ja, ich denke auch, das muss natürlich, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ich glaube auf jeden Fall, wenn man sagt, wenn der Staat baut, dann sollte man das auf jeden Fall gleich von Anfang an einführen. Lea, FPÖ oder ÖVP? Schwierige Frage. Ja, im Idealfall ist die ÖVP ein bisschen weniger mit faschistischer Ideologie verbunden. Insofern ist es mal im Zweifelsfall ÖVP. Fiona? Am liebsten beide in Opposition, aber zum Zusammenarbeiten ist wahrscheinlich, so gering sie sein möge, die Überschneidung mit der ÖVP noch eine größere. Wir wollen heute ja über die Zukunft Europas reden, über eure Visionen. Wir wollen aber auch wissen, warum seid ihr in die Politik gegangen. Deswegen, Lea, du bist 20 Jahre alt, du kommst aus Bregenz, bist Bundessprecherin der jungen Grünen. Wo siehst du dich denn in der Politik in zehn Jahren? Ganz schwierige Frage. Dafür sind wir da. Ja, für die schwierigen Fragen, genau. Also ich mache nicht Politik für Karriere oder irgendwas. Insofern habe ich da keinen Plan. Da muss ich, glaube ich, enttäuschen. Ich werde auf jeden Fall immer weiterhin politisch aktiv sein in der einen oder anderen Form. Was möchtest du denn in zehn Jahren umgesetzt oder erreicht haben? Wo du sagst, das muss unbedingt passiert sein, wenn ich verantwortlich war. Mir fällt da eine Sache ein, die jetzt gerade, was mich auch in der Gründigung beschäftigt und was wir da auch machen, nämlich das ganze große Thema Klimakrise, wo die Debatte darüber irgendwie oft ziemlich schwierig ist, vielleicht da einen Impact zu haben, dass die anders gestaltet wird. Nämlich, dass das nicht irgendwie was Abstraktes ist, was nichts mit mir zu tun hat und irgendwie nur in der Natur wegen oder sowas, sondern dass es einfach eine soziale Frage ist und es darum geht, dass wir Menschen irgendwie ein gutes Leben haben können, alle Menschen ein gutes Leben haben können. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dass da die Debatte mehr in die Richtung geführt wird, dass es um unser Zusammenleben und unser aller Leben geht, dann fände ich das sehr cool. Und warum bist du in die Politik gegangen? Was hat dich da bewegt? Mich hat es sehr bewegt oder sehr verwirrt, wieso wir seit Jahrzehnten wissen, dass die Klimakrise da ist und irgendwie so wenig tun. Da hat mein Weg mit 15 dann bei Fridays for Future gestartet. Und später bin ich dann zur Grünen Jugend gekommen, weil ich mich noch intensiver mit den Fragen beschäftigen wollte, warum ist es gar nicht so einfach, einfach zu sagen, ja Politik macht es jetzt mal, woran liegt das und wie kann man das einordnen und wie kann man vor allem viele junge Leute dazu begeistern, gemeinsam für eine bessere Welt zu kämpfen, die nachhaltig ist, aber die vor allem ein gutes soziales Miteinander auch hat. Wir reden hier im Treffpunkt Zukunft ja mit jungen Menschen aus der Politik, heute mit sehr jungen Menschen aus der Politik. Ihr seid im Schnitt 20,5 Jahre alt, also Lea, du bist 20, 400, du bist 21 Jahre alt, kommst aus Tulln, studierst die JUS. Schauen wir bei dir auch mal, 10 Jahre in die Zukunft, welche Schlagzeile würdest du gerne über dich lesen in 10 Jahren? Puh, ja, ich weiß nicht, ob ich so gerne eine Schlagzeile über mich lesen würde eigentlich, das hört sich noch ein bisschen komisch an. Ja, wenn, dann sicher, dann würde ich mir natürlich irgendeinen Erfolg wünschen. Ich weiß nicht, dass wir das Bildungssystem reformiert haben zum Beispiel oder es dafür gesorgt haben, dass alle Schülerinnen eine gute Bildung haben können, unabhängig vom Geldbörsel der Eltern. Oder dass man es endlich geschafft hat, dass Frauen gleich viel verdienen wie Männer. War du es jetzt Bildung angesprochen, du hast auf der anderen Seite den Gender Pay Gap angesprochen. Eins der beiden Dinge, deine Motivation gewesen, auch wirklich in die Politik zu gehen? Ja, ich habe wahrscheinlich wie viele in der Schule begonnen, also zuerst als Klassen- und dann als Schulsprecherin, weil mich einfach urviel Dinge ehrlicherweise genervt haben und ich mir gedacht habe, okay, wenn mich was nervt, das macht man. Sudern in Österreich in der Regel. Ja, zuerst sudern und dann aber sich denken, na, da muss ich einen produktiveren Weg geben und der produktivere Weg war halt irgendwie die Schülerinnenvertretung. Ja, und letztens hat das jemand als Einstiegsdroge bezeichnet und ich finde, das passt ganz gut. Weil das hat mich total getaugt, auch mich dafür Interessen einzusetzen, auch irgendwie Veranstaltungen zu organisieren. Ja, und eben von der Schülerinnen in die Jugendpolitik ist es dann weitergegangen. Und wenn man die SPÖ, es steht ja in einem Jahr als junger Mensch irgendwie die komplette politische Landschaft Österreichs offen. Warum die SPÖ? Ja, gute Frage. Vielleicht waren sie ein bisschen schneller. Nein, nein. Wie gesagt, das hat bei den Schülerinnen begonnen, wo mich einfach der eine Schüliorga mehr angesprochen hat, die Aktion kritischer Schülerinnen. Das hat mir irgendwie alles weniger karrieristisch vorgekommen. Und ja, je mehr ich dann auch irgendwie mich mit den ganzen Themen befasst habe und auch begonnen habe, Seminare zu besuchen, desto mehr ist klar geworden, dass halt die Ideologie oder die Standpunkte von der SPÖ doch am besten passen zu mir. Wir reden ja über die Jungen, wir reden über die Zukunft. Die Frage, die wir trotzdem immer wieder gerade vor der EU-Wahl im Raum stehen, ist, fühlt sich ein junger Mensch von der EU abgeholt? Oder wenn man die Frage ein bisschen umdreht und damit auf die Straße gehen würde, wird das ungefähr so klingen, macht die EU genug für die Jungen? Man kriegt immer wieder ein Newsletter, wo irgendwas von der Europäischen Union steht, aber sonst weiß ich selber nicht genau, was die so machen. Ich kann mich nicht beschweren. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt mehr gemacht werden könnte für junge Menschen. Ich meine, es passiert genug, Leute werden gefördert. Da kann ich jetzt nicht genau viel dazu sagen, weil ich es nicht mitkriege. Also vielleicht ist das eher das Problem, dass ich nicht wirklich mitkriege, dass die EU was für die Jungen macht. Vielleicht bleiben wir gleich dabei. Wie kann das sein, dass die jungen Menschen sagen, ich weiß nicht, was in der EU passiert. Woran glaubt ihr liegt das? Lea? Ja, schwierige Frage. Also ich glaube, ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich muss selber sagen, ich bekomme in Österreich sehr viel mit natürlich, was politisch passiert. Und auf EU-Ebene schon deutlich weniger. Und ich bin politisch aktiv. Das heißt, anderen jungen Menschen geht das wahrscheinlich dann nochmal stärker so. Ich glaube, dass es viel zu wenig greifbar ist und viel zu wenig thematisiert wird auf den verschiedenen Ebenen und in den verschiedenen Orten, wo sich junge Leute irgendwie begeben. Also so viele Dinge, die auf EU-Ebene irgendwie geregelt werden oder irgendeine Verordnung, hat direkte Auswirkungen darauf, was irgendwie eine Regierung zum Beispiel irgendwie bearbeitet oder was im Parlament irgendwie thematisiert wird. Und ich glaube, da könnte man auf der Ebene oder auch auf Gemeindeebene und auch in der Schule viel mehr diese Connection zur EU irgendwie herstellen. Fällt dir da ein Beispiel ein? Weil wir reden jetzt natürlich sehr theoretisch auch über das ganze Konstrukt der EU und worum das von oben nach unten nicht ankommt. Aber wir machen das Ganze ja auch, um Politik mal so verständlich zu machen, wie das irgendwie geht. Und ich glaube, mit einem Beispiel, das wir nennen könnten, würden wir uns da ein bisschen helfen. Ja, ich glaube, es gibt gerade für junge Leute ganz viele Sachen. Jemand hat es im Video auch angesprochen. Diese Leute werden gefördert. Also irgendwie Erasmus ist was, wo uns irgendwie dieses gemeinsame Arbeiten und Denken in der EU irgendwie und darüber hinaus auch ermöglicht, dass ich einfach über die Grenze fahren kann, ohne dass, keine Ahnung, ich da jetzt zuerst warten muss und meinen Pass vorzeigen und so weiter und so fort. Es gibt dieses Beispiel mit den Steckern, das so banal irgendwie wirkt, aber das ist irgendwie ganz cool, wenn ich nicht irgendwie fünf verschiedene Stecker brauche. Ich glaube, das sind Dinge, wo das so sehr greifbar wird. Und das wäre, finde ich, auch eine Aufgabe, zum Beispiel im Bildungsbereich, dass das so viel deutlicher wird, warum die EU für uns alle eigentlich sehr wichtig ist. Fiona, du nickst. Wo bist du anderer Meinung? Und wie kann man die alle auf den Tisch setzen? Wie kann man es schaffen, dass die Jungen sich von der EU mehr abgeholt fühlen? Ja, ich kann auf jeden Fall auch verstehen, was die Jugendlichen in den Interviews gesagt haben, dass das irgendwie sehr weit weg wirkt und eben auch wie ein sehr kompliziertes Konstrukt. Also wenn man sich die Gesetzgebung anschaut, da sind extrem viele Player dabei und muss man auch dazu sagen, nur einer davon ist wirklich demokratisch direkt gewählt, nämlich das Europäische Parlament. Wie kann man jetzt dafür sorgen, dass das irgendwie einfacher wird? Ich glaube auch, dass der Bildung ein ganz, ganz großer Weg ist. Ich habe zum Beispiel in der Schulzeit was extrem Cooles machen können, nämlich Model European Parliament, wo man ein bisschen Abgeordneter gespielt hat. Vielleicht sitze ich auch deswegen heute hier, also sicher zu einem gewissen Teil. Und ich glaube, es braucht einfach sehr stark halt auch dieses wirklich praktische, angreifbare Lernen zur EU und dass das eben nicht nur, also dass das nicht die ganzen Mythen sind, die kursieren über irgendwelche dummen Verordnungen, die kommen, sondern auch wirklich ganz konkret, eben wir reisen ohne Pass, wir haben eine Währung, wir müssen nicht wechseln, wir brauchen, wir können das Handy überall verwenden und müssen nicht extra zahlen. Und dass auch auf diese Sachen fokussiert wird und eben nicht nur auf die vielleicht komplizierten oder vielleicht manchmal auch negativen Sachen. Wo kann man da ansetzen, um auch viel mehr junge Menschen ins Boot zu holen? Weil jetzt reden wir auch davon, dass junge Menschen, die sich mit Politik auseinandersetzen, also wir reden natürlich von Bildungsschichten, von oben nach unten, aber irgendwie einem großen Teil der jungen Bevölkerung scheint ja die EU-Politik vorbeizugehen. Also wo holt man die dann wirklich ins Boot? Ich glaube, dass da auch halt die Medien oder Nachrichten eine große Rolle spielen, dass man die halt, dass man da auch schaut, dass man das Angebot irgendwie auf Jugendliche zuschneidet, so wie irgendwie in dem Format heute. Und dass man versucht, die Informationen auch irgendwie zugänglich zu machen. Und dass es auch quasi die österreichische Politik mehr zeigt, mehr irgendwie sagt, wie viel Europa eigentlich mit uns zu tun hat und wie viel aber auch die österreichische Politik mit Europa zu tun hat. Also dass unsere Ministerinnen, die sind ja auch im Entscheidungsprozess irgendwie involviert. Und das sind ganz, ganz viele Dinge, die kriegt man halt nicht mit. Es wird gerne auf Brüssel und die EU irgendwie geschimpft. Ja, aber ich glaube, da müsste man auch einfach ein Umdenken in der Politik hernehmen. Ganz kurz noch, Lea, du nix. Ganz kurze Antwort. Stimmt, dass das auf die EU geschimpft wird? Empfindest du das auch so? Ja, schon immer wieder. Ich würde sagen, also zum da noch was ganz kurz hinzufügen. Es gibt ja auch voll gute Beispiele, wo, also Dinge, die wir eigentlich als so sehr selbstverständlich wahrnehmen, wofür wir die EU unbedingt brauchen. Also sowas wie Medikamente zum Beispiel. Also Österreich alleine hätte voll das Problem, irgendwie die Medikamentenversorgung sicherzustellen, weil Österreich so ein Mini-Player ist. Und mit der EU ist das was ganz anderes. Das heißt, wir sind da extrem drauf angewiesen und das macht auch Sinn. Deshalb macht es Sinn, sich irgendwie größer zu organisieren. Und ich glaube, sowas könnte man auch viel mehr, gerade in den Schulunterricht oder wo auch immer, irgendwie hinbringen, dass diese Dinge, die für uns selbstverständlich sind, tatsächlich damit was zu tun haben, dass wir eine EU haben. Wir haben jetzt gehört, sozusagen, was ihr findet, dass die Vorteile der EU sind. Wir machen jetzt eine ganz schnelle Runde. Ganz ehrliche Antworten, kurz und knackig. Es heißt, das letzte Mal. Das letzte Mal. Ich beginne jetzt bei dir. Fiona, das letzte Mal für meine Partei geschämt habe ich mich. Ja, Excel-Gate, oder? Ich habe es irgendwie gespürt. Ja. Ich habe es irgendwie gespürt, dass das kommt. Lea, das letzte Mal für meine Partei geschämt habe ich mich. Ich kann da vielleicht anschließen, wir hatten beim Buko so Online-Stimmgeräte und die haben dann leider nicht funktioniert. Da mussten wir doch da mit dem Zettel quasi wählen. Das ist ein bisschen nicht ganz so dramatisch, aber es war ein bisschen lustig. Dass das nicht funktioniert hat. Das letzte Mal nicht gehört gefühlt habe ich mich, Lea. Ich würde sagen, als junger Mensch passiert das sehr viel. Also weniger so jetzt direkt, sondern mehr ein Grundgefühl, das man als junger Mensch oft hat, dass es schwierig ist, ein bisschen gehört zu werden. Fiona? Schwierig. Wahrscheinlich bei einem Arztbesuch tatsächlich einmal. Das letzte Mal so richtig stolz war ich, Fiona? Ich habe vor zwei Wochen eine große Prüfung geschafft und zwar neben diesem ganzen Wahlkampf-Chaos und da war ich schon sehr happy drüber und sehr stolz auf mich. Zu Recht. Lea? Wir arbeiten gerade an der Kampagne und ich wusste zuerst nicht, wie ich das unterbringe und war dann sehr stolz, dass ich da inhaltlich sehr viel mitarbeiten konnte und das dann gut geklappt hat. Und das war ein Erfolgserlebnis und war cool, dass sich das ausgegangen ist. Cool. Wir haben die 25 großen Themen aus unserer Jugendstudie in 25 Kuvert gepackt. Da muss ich aufstehen. Ja, ich liebe das. Das ist so super. Wir haben da nie drüber geredet, wie wir das irgendwie machen, aber sobald ich das Wort Kuvert in den Mund nehme, macht sich die Denise auf den Weg und holt die Box. Ihr zieht es bitte draus, da ist wirklich quer durch die Bank, sind wirklich wichtige Dinge drinnen und dann wäre unsere Bitte an euch. So, genau. Zwischendurch eins draus. Sehr gut. Fiona legt eins bitte mal auf die Seite. Lea, ich würde dich bitten zu beginnen, mach bitte das Kuvert auf, zeig es in die Kamera und sag, was draufsteht. Schere zwischen Arm und Reich. Und die Bitte ist, formulier bitte eine Frage an die Fiona, die dich da brennend interessiert. Ja, ganz großes Thema. Wenn du eine Maßnahme durchboxen könntest morgen, was wäre das, um die Schere zwischen Arm und Reich zu verringern? Ja, es ist wahrscheinlich, es wird sehr viel mehr brauchen als die eine Maßnahme, aber wenn es wirklich eine wäre, dann wäre das, das Steuersystem in Österreich ein bisschen zu ändern, dass wir sagen, wir greifen bei den ganz, ganz wenigen, die so viel haben, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld, da greifen wir oder setzen wir an und besteuern einen Teil dieses riesigen Vermögens und verteilen das zurück an den Rest der Bevölkerung. Also du sprichst ja von einer Vermögensteuer, möglicherweise Erbschaftssteuer, um es konkret zu machen. Genau, am besten beides. Lea, bitte, was sagst du dazu? Bist du auch dieser Meinung? Wäre das ein sinnvoller Vorschlag? Ich glaube, das ist für eine Maßnahme, die man mal machen könnte, sehr, sehr sinnvoll, auch dringend nötig. Aber ich gehe da sehr mit, also ich bin prinzipiell ein großer Fan davon, sich mal prinzipiell anzuschauen, warum sind die Dinge so, wie sie sind, um sie dann tatsächlich auch gescheit lösen zu können. Und bei der Schere zwischen Arm und Reich müsste man das auch machen, sich zu fragen, naja, warum ist die Schere überhaupt so groß? Und dann quasi darauf aufbauend tatsächlich die Maßnahme zu setzen. Entschuldige. Wenn du darüber nachdenkst, warum die Schere zwischen Arm und Reich gerade so groß ist, wie sie ist, dann ist ja die Reichensteuer, ich sage es jetzt mal, ich fasse jetzt mal Vermögens- und Erbschaftssteuer irgendwie in das Wort Reichensteuer zusammen, wäre ja eine Maßnahme, die danach greift, nachdem diese Schere ja schon auseinander klafft. Und was wäre etwas, wo man früher zum Beispiel ansetzen könnte? Das ist eine schwierige Frage, weil vor allem Erbschaften da eine große Rolle spielen. Und ein Bereich, wo man aber vielleicht so davor ansetzen kann, wäre die Bildung. Also wir sehen, dass Bildung vererbt wird. Das heißt, Leute, die in eine Familie geboren werden, wo viel Geld da ist, haben meistens schon mal ganz andere Bildungschancen. Und dem müsste man ein Ende setzen, dass das nicht damit zu tun hat, was für Bildungschancen ich habe, je nachdem, in welchem Haushalt ich quasi groß werde. Sondern schon davor, weil das dann für den weiteren Lebensweg natürlich sehr relevant ist. Fiona, es scheint, als hätte die SPÖ und die Grünen einen sehr ähnlichen Zugang und einen ähnlichen Weg. Das ist schön, weil man das Gefühl hat, man kann irgendwie gemeinsam möglicherweise eben an Visionen arbeiten. Aber gibt es da was bei der Schere konkret zwischen Arm und Reichen, wo du sagst, da grenzen wir uns ab, also das sehen wir dann doch irgendwie anders? Ich glaube vielleicht, dass einfach die Analyse vielleicht ein bisschen eine andere ist. Oder vielleicht auch die Prioritätensetzung. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat man jetzt eh gemerkt, dass wir uns da vielleicht auch gar nicht so unähnlich sind, wie man vielleicht das manchmal glaubt. Dann würden wir gerne bitte deinen lossehen. Das ist so irgendwie aufregend. Gesundheit, Ernährung und Bodypositivity. Was ist deine Frage an die Lea? Wie kann man dafür sorgen, dass eine gute Ernährung irgendwie selbstverständlich ist und auch nicht von der sozialen Schicht abhängt? Ja, ich glaube, da geht es primär darum, zu schauen, dass die gesunden und guten Lebensmittel für alle leistbar sind, damit eben nicht von der sozialen Schicht irgendwie abhängen. Dann gibt es so Sachen wie gesundes Mittagessen im Kindergarten, in der Spielgruppe, in der Schule, im Betrieb und so weiter und so fort. Und auch wieder das Thema Bildung, dass eine gesunde Ernährung und wie man irgendwie auf den eigenen Körper schaut, einfach Teil von einem Lernprozess und Bildungsprozess bei Kindern ist. Jetzt sind wir auch hier aufgrund der EU-Wahl und zum Beispiel das Thema Agrar ist ja derzeit hochpolitisch und da sprechen wir sehr viel darüber. Wo denkt ihr denn, sollte beim Thema Agrar, also da, wo unsere Lebensmittel auch tatsächlich herkommen, also da, wo die Bauern und Bäuerinnen produzieren, wo sollte da der Weg der EU hingehen? Weil das ist schlussendlich das, was dann auf unseren Tellern landet. Fiona. Gerne. Ich glaube, dass die EU da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Wir wissen ja auch, dass ein riesiger Teil des EU-Budgets in die Landwirtschaft fließt, in Form von Förderungen. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass es Regeln gibt, die quasi dafür sorgen, dass bei uns auch wirklich ein gutes Essen ankommt, das auch fair und natürlich nachhaltig hergestellt ist. Also auch so, dass unser Planet das noch weiterhin so schaffen kann und dass es eben diese Regeln gibt. Aber noch stärkere, strengere Regeln, als es bis jetzt schon gibt. Ja, und vor allem aber, dass auch die kleineren Unternehmen, die auch wirklich das einhalten, dass die stärker gefördert werden und weniger die einigen wenigen großen Agrarkonzerne. Also ich glaube, dass es eben Regeln und dann auch irgendwie eine Belohnung für die, die halt diese Regeln einhalten und auch wirklich dafür sorgen, auch vielleicht in einem langsameren Prozess, in einem kleineren Prozess, dass wir wirklich nachhaltig und gutes Essen am Tisch haben. Lea? Ich glaube, dass es eine ganz wichtige Aufgabe der EU wäre, den ganzen Agrarbereich zukunftsfit zu machen. Wir haben im Moment das Problem, dass wir ganz viel von unserem Boden eigentlich kaputt machen, wo wir irgendwie das Problem haben, dass man in Zukunft schwer dann irgendwie die Lebensmittel, die wir brauchen, um uns zu ernähren, dann ansetzen kann und die dort wachsen können. Das heißt, dass wir ein großes Thema zu schauen, dass die Regulierungen und auch die Unterstützung so gegeben ist, dass die Böden weiterhin auch in 10, 20 und 30 Jahren für uns gute Lebensmittel ergeben können. Aber jetzt kritisieren ja viele Bäuerinnen und Bauern, dass die Verordnungen der EU sie zu sehr einschränken, dass das Renaturierungsgesetz ihnen die Möglichkeit gibt, anzubauen. Was sagt ihr denen? Ja, ich glaube, wir haben oft dieses Problem, dass man sagt, naja, die EU reguliert irgendwie zu viel und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass man da ganz ehrlich sein muss und sehen und auch sagen, dass es darum geht, wie wir gemeinsam unser Leben organisieren und uns ausmachen, wie wir unser Leben organisieren und wie Dinge funktionieren sollen. Und da ist halt auch ein Agrarbereich irgendwie Teil davon. Das heißt, man muss mit den Bauern und Bäuerinnen schauen, wie das heute gut funktionieren kann, wie die davon leben können, wie Ernährungssicherheit hergestellt ist und wie das auch in 20, 30 und 40 Jahren passieren kann. Ich glaube auch, dass da auch die EU gefragt ist natürlich zu unterstützen, eben gerade bei den kleineren Betrieben, die vielleicht nicht das riesige Know-how, das riesige Team haben, die sich zum Beispiel um die Bürokratie dahinter kümmern können, dass da auch Wege geschaffen werden, dass das für die machbar ist und stemmbar. Und das auch wirklich von allen, also das ist ja im Interesse von allen eigentlich, dass wir einen Planeten weiterhin haben, auf dem wir gut leben können und der uns auch weiterhin irgendwie Essen hervorbringen kann. Weil wir wissen, dass das eine der ersten Folgen der Klimakrise sein wird und auch schon ist, dass halt Lebensmittelklappheit kommen wird, weil die Böden das nicht mehr backen. Deswegen glaube ich, das ist ja unser aller Interesse eigentlich und da liegt es auch an der EU, das möglich zu machen für alle. Und versteht ihr, die Landwirtinnen und Landwirte, die sagen, das lohnt sich einfach nimmer, auch jetzt Stichwort Agrarsubventionen, können Sie ja nachvollziehen, dass viele, und ich sage es jetzt einfach ganz platt, einen Zorn auf die EU haben und sagen, alles was von dort kommt, ist für uns einfach sehr weit weg von der Realität? Ja, kann ich schon verstehen. Ich war lustigerweise dieses Wochenende auf einem Bauernhof und habe dort übernachtet und dort natürlich auch über die EU geredet. Und da war schon eben dieses, wie stellt man sich das eigentlich vor, wie sollen wir das umsetzen? Ganz konkret zum Beispiel? Zum Beispiel, was wir dann viel diskutiert haben, war die Frage, wie das mit den Verbrennermotoren ausschaut und mit den Traktoren zum Beispiel, ob man die eh noch lange verwenden kann oder wie das sonst anders funktionieren soll. Das kann ich natürlich verstehen, aber ich glaube, dass das auch eine Frage der Kommunikation ist. Also die Leute, die die Gesetze machen, überlegen sich ja viel und auch die Interessen der Bäuerinnen und Bauer sind ja auch irgendwie vertreten, auch durch die Lobbyarbeit, die passiert, die ja nicht nur was Schlechtes ist, wenn auch die richtigen Leute da eine Bühne bekommen. Und ich glaube, dass man da einfach in diesem Dialog mehr darauf schauen muss, dass auch alle genau wissen, wie das jetzt eigentlich gemeint ist, was zum Beispiel auch nur die großen Unternehmen betrifft. Es gibt ganz viele Verordnungen, die Klein- und Mittelunternehmen halt anders betreffen als Großkonzerne. Wir wechseln das Thema. Bei der letzten EU-Wahl hätten wir wahrscheinlich über dieses Thema nicht gesprochen, weil es einfach nur ein Zeitgeist war. Wir finden jetzt an dieser Stelle, es ist mehr als Zeit und wir möchten mit euch über Mental Health sprechen. Laut Jugendstudie sagen nämlich acht von zehn, die Entwicklung der Welt macht mir Sorgen. Das belastet natürlich enorm. Und unsere Frage, wie soll eurer Meinung nach die EU junge Menschen mental gesund halten? Fiona, Entschuldige, Entschuldige. Ja, ich finde eine Sache, die haben wir in Österreich, aber im Idealfall wird das auch auf EU-Ebene geregelt oder unterstützt, ist, dass wenn Leute wirklich mit ihrer psychischen Gesundheit Probleme haben, dass es dann keine Frage der finanziellen Mittel ist, sich irgendwie Hilfe zu holen. Das ist leider in vielen Fällen noch der Fall. Also ich habe auch eure Jugendstudie angesehen und da sagen schon ganz viele junge Leute, dass das nicht mehr so eine tabuisierte Sache ist. Das ist sehr, sehr gut. Also die wollen sich in den meisten Fällen Hilfe holen. Aber ich kenne das selber aus meinem Umfeld, dass man dann doch darauf angewiesen ist, oft, es gibt ja auch Angebote, aber die sind einfach zu wenig ausgebaut, dass man oft darauf angewiesen ist, dass die Eltern das halt auch irgendwie zahlen können und Psychotherapie ist nicht günstig. Also konkret dann Psychotherapie fix auf Kassenleistung für alle oder was ist dann eine Lösung? Ja, genau. Also das wäre auf jeden Fall was, dass eine psychische Gesundheit und die körperliche Gesundheit auch mehr gleichgesetzt wird. Das wäre zum Beispiel dahingegen auch ein schönes Zeichen und dringend notwendig. Genau. Und ansonsten glaube ich so quasi ein bisschen präventiv auch, damit es zuerst gar nicht zu so vielen psychischen Problemen kommt. Ich glaube, also ich finde es erschütternd zu sehen, dass so viele junge Leute eben sehr pessimistisch in die Zukunft schauen und eigentlich gar kein schönes Zukunftsbild mehr haben. Und ich finde das auch sehr verständlich mit all den Krisen, die wir haben und der Klimakrise, die macht mir ja selber auch irgendwie große Angst und Sorgen. Aber ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass wir es schaffen, auf allen Ebenen die Leute mitzunehmen und zu sagen, ja, deine Sorge ist berechtigt, aber gemeinsam kämpfen wir für eine Welt, die besser ist. Und du kannst dich da anschließen und quasi so dieses Alleine-Sein mit all diesen Sorgen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Das hat mir auch ein Herzensanliegen. Das machen wir in der Grünen Jugend, dass wir die Leute ansprechen, die die gleichen Sorgen haben wie wir und aber sagen, hey, du bist nicht alleine damit, sondern komm zu uns. Und wir sind gemeinsam politisch aktiv und kämpfen gemeinsam dafür, dass wir in Zukunft ein gutes Leben haben können. Also du hast schon die Enttabuisierung angesprochen von eben sowas wie mentalen, wie psychischen Problemen, die, also sofern ehrlich muss man ja sein, jeder in unterschiedlichen Ausbaustufen irgendwann in seinem Leben hat. Also jeder struggelt irgendwann einmal beim Erwachsenwerden. Oder auch wenn man erwachsen ist. Oder auch wenn man erwachsen ist, ehrlicherweise. So schnell geht es leider nicht vorbei. Fiona, wie empfindest du das in deinem Freundeskreis? Redet es ihr wirklich offen darüber? Oder siehst du da noch wahnsinnig viel Nachholbedarf? Ich habe auch das Gefühl, dass das besser geworden ist. Also auch in meinem persönlichen Freundeskreis. Ich habe natürlich einerseits die Bubble, aber auch so meine Schulfreundinnen, die so nicht so viel mit Politik irgendwie zu tun haben. Und selbst da merkt man, dass das eigentlich doch ein immer offeneres Gespräch wird. Und dass man sich auch mehr traut, irgendwie an Freundinnen als Bezugspersonen zu wenden und zu sagen, hey, irgendwie geht es mir nicht gut. Aber gleichzeitig, also das ist extrem wichtig, das ist total wichtig, dass wir darüber reden. Aber natürlich sind auch meine Freundinnen und ich keine Expertinnen und vor allem keine Psychotherapeutinnen. Das heißt, das ist ein wichtiger erster Schritt. Aber sich dann auch professionelle Hilfe holen zu können, daran scheitert es leider noch viel zu oft. Und das muss man auf jeden Fall bekämpfen. Da kann ich der Lea nur zustimmen. Wobei natürlich, muss man dazu sagen, jeder ist, glaube ich, für sich und für sein persönliches Befinden der Experte oder die Expertin, wie es ihm geht. Also es ist total schwer, da irgendwie hineinzuschauen. Und jetzt haben wir schon irgendwie gesagt, das Klima macht Sorgen, der Krieg macht Sorgen. Was sind die Treiber für mentale Probleme abseits davon? Ich glaube, was irgendwie unserer Generation ein bisschen fehlt, ist das, was vielleicht unsere Eltern und Großeltern noch hatten. Dieses Wissen, wenn man sich anstrengt und wenn man gut arbeitet, dann kann man sich irgendwann mal alles aufbauen. Und wir sehen einfach, dass das jetzt nicht mehr so der Fall ist. Also diese Erzählung von, wenn du dich stark, wenn du dich anstrengst und wenn du hart arbeitest und dir was ansparst, dann kannst du dir ein Haus bauen. Dann kannst du in Pension gehen, dann kannst du ein schönes Leben haben, dann hast du auch irgendeine Freizeit. Und ich glaube, dass einfach, wie es ganz viele Jugendliche sehen, irgendwie geht sich das alles nicht aus mit einer Riesenteuerung, die wir haben. Dass das Ausziehen immer schwieriger wird, dass die Lebensmittel teurer sind. Vom Heizen braucht man gar nicht reden. Und dass einfach diese Hoffnung oder dieses Bild von einer guten Zukunft, auch angesichts der Klimakrise, auch angesichts dessen, dass wir jetzt wieder Krieg haben, das fehlt einfach ganz vielen. Also ich glaube, ich habe das in meiner Schulzeit ganz viel mitbekommen, wie sehr dieser Druck in der Schule und dieser Leistungsstress Leute wirklich teilweise kaputt machen kann. Weil das einfach zu viel ist und man vielleicht nicht die Unterstützung hat, die man tatsächlich braucht. Und das sind dann unfassbar viele Nachhilfestunden und es will dann aber trotzdem nicht klappen. Und unser Schulsystem ist so gemacht, dass du irgendwie durch alles durch musst und irgendwie auf Biegen und Brechen das irgendwie schaffen und die anderen sind dann schon weiter und so. Also ich höre, du willst das Bildungssystem am liebsten reformieren. Ja, sehr gerne. Ich glaube, dass im Bildungssystem man sehr gut sieht, dass für viele Leute das nicht so funktioniert und die fallen da ein bisschen durch und das darf einfach nicht sein. Aber was könnte konkret anders sein? Es könnte konkret anders sein, dass man viel mehr auf die eigenen Stärken und die Entwicklung quasi Wert legt und weniger jeder muss genau das machen und überall so und so gut sein. Aber dann zum Beispiel ohne Noten oder Noten nicht in der Unterstufe oder Matura abschaffen oder was stellst du dir vor, wenn du es dir jetzt wünschen könntest? Viele gute Dinge angesprochen. Ich finde nicht, dass die Matura in der derzeitigen Form sinnvoll ist. Ich finde auch ganz furchtbar, wenn schon ganz junge Kinder benotet werden und irgendwie da diesen Druck haben und auch dieses Vergleichen. Also da die Noten zurückzuschrauben und sich da grundsätzlich zu überlegen, wie kann man quasi den Lernerfolg und Fortschritt von Kindern und Jugendlichen anders quasi begleiten oder bewerten, unter Anführungszeichen, wäre ganz, ganz wichtig. Du nickst, aber ich denke mal, nachdem ihr nicht in der gleichen Partei seid, ganz offensichtlich, in irgendwas musst du da ja sozusagen anderer Meinung sein oder vielleicht einen anderen Zugang haben. Ja, ich habe sehr viel genickt, weil ich sehr viel zustimme. Vor allem, dass halt dieses Leistungsprinzip irgendwie aus der Schule rauskommt. Also ich finde, Schule sollte ein Ort sein, wo man erstens gerne mal hingeht und dass das irgendwie nicht ein großer Kampf ist, in der Früh sich da hinzuschleppen, sondern dass man sich irgendwie auch darauf freut, weil man sich mit Dingen beschäftigen kann, die einen interessieren, weil man auch ein gutes soziales Umfeld dort hat und dass man auch einfach Spaß und Freude am Lernen hat. Und vielleicht auch weggeht von diesen ganz punktuellen Leistungsabfragen und also mittlerweile ist ja auch SPÖ-Forderung, das war lange Forderung der sozialistischen Jugend, dass natürlich die Matura in der Form, wie sie jetzt ist, nicht mehr tragbar ist eigentlich. Und das sagen auch ganz viele Bildungsexpertinnen, dass das so nicht mehr so viel Sinn macht. Und ich denke auch, wenn man 12, 13, 14 Jahre sich in der Schule jedes Jahr bewiesen hat, dann darf das eigentlich nicht mehr von einer Woche, von einem Zeitraum, von einer Woche abhängen, ob man dann studieren kann oder wie es dann ausschaut im Rest. Und verstehst du, dass bislang da noch nichts geändert wurde, dass das immer noch so ist, wie es ist? Nein, ich verstehe das überhaupt nicht. Also ich verstehe, dass niemand das Bildungssystem angreifen will, weil da gibt es so viel zu tun, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen will oder anfangen soll. Aber eigentlich ist es fahrlässig, dass man nicht sagt, man fängt da an bei den Jüngsten, weil wir auch wissen, dass halt jeder Euro, den wir zum Beispiel in Bildung investieren, dass der der Gesellschaft, ich glaube, zehnfach ist dann die richtige Statistik, zurückgegeben wird. Also dein Appell ist eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das ist eines der ersten Dinge, die angegangen werden sollte. Auch ein bisschen ein Appell an die Grünen, ich weiß es nicht. Ja, gerne auch ein bisschen ein Appell an die Grünen, auch wenn die jetzt, also zumindest in dieser Regierungsperiode nicht mehr so viel Zeit haben. Aber da muss man auf jeden Fall ansetzen, ja. Ich schließe jetzt noch eine kurze Frage hinten nach, weil es mich wirklich interessiert, das Gegenargument, also ihr seid euch da sehr, sehr einig, und jetzt, um die Gegenseite einfach mal hörbar zu machen, das sagen ja immer total viele, okay, wenn wir jetzt die Matur abschaffen, die Noten abschaffen, zu mündlichen Leistungsüberprüfungen zum Beispiel übergehen, wie sollen junge Menschen dann auf eine Leistungsgesellschaft, die wir in vielen Bereichen ja trotzdem noch irgendwie haben, vorbereitet werden? Vielleicht müssen wir auch dieses Prinzip der Leistungsgesellschaft ein bisschen überdenken, also dass dieses, irgendwie der ganze Sinn des Lebens die Arbeit ist und dieses Leistungsprinzip, das auch irgendwie die ÖVP sehr gerne propagiert, dass man vielleicht ein bisschen von dem überhaupt weggehen muss und sich anschauen muss, wie schaut denn irgendwie auch gesundes Arbeiten aus und auch nachhaltiges Arbeiten im Sinne von, ja, dass die Menschen nicht ausbrennen, Burnout ist ein immer größeres Thema. Also das macht schon Sinn, dass die Schule jetzt irgendwie sehr auf das zugeschnitten ist, aber vielleicht muss man es einfach ein bisschen größer denken und auch da gesellschaftlich ein bisschen einen Switch hinlegen. Noch kurz deine Gedanken dazu, Lea? Ich finde, du sprichst da einen guten Punkt an. Ich würde es nur nicht als Gegenargument sehen. Also das zeigt genau auf, dass es ziemlich schwierig ist, das Bildungssystem alleine quasi einfach gänzlich umzukrempeln. Aber man kann da an guten Stellen ansetzen und gleichzeitig mal prinzipiell dieses verrückte Leistungsding, was auch junge Leute so beschäftigt, mal in Frage stellen. Wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Schade. Ein gutes Gespräch. Das Beste geht auch irgendwann mal zu Ende und wir schließen diesen Podcast, diese Sendung total gerne mit etwas Positivem. Wir sagen dazu, sag was Nettes. Etwas Positives, was euch am Gegenüber aufgefallen ist. Wir geben jetzt nicht vor, wer anfangen soll, weil das könnt ihr euch jetzt nach dieser Zeit selber ausmachen. Fiona, Lea, Bühne frei. Ja, mich hat es sehr gefreut, da mit euch hier zu sein und dich kennenzulernen und auch so die Gemeinsamkeiten zu sehen und vielleicht irgendwo dann doch so den anderen Ansatz auch. Aber es war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir und vielen Dank. Ja, danke mit dir auch. Ja, liebe Lea, ich fand es auch sehr schön, dich halt kennenzulernen. Ich finde, dass du sehr gut Zusammenhänge darstellen kannst in deinen Argumentationen und das hat mir sehr gut gefangen. Schön. Bei uns reden Politikerinnen und Politiker auf eine Art und Weise, wie man es sonst ganz selten hört, nämlich irgendwie auf Augenhöhe und auch wenn man ganz unterschiedlicher Meinung ist, und das ist auch gut so, arbeitet man trotzdem an einem gemeinsamen Weg. Wir sagen danke, Lea Birnbaumer von den Grünen und Fiona Schindl von der SPÖ. Treffpunkt Zukunft